Er ist enorm schnell in dieser Asad. Vollmann. Vollmann. Vossel und Kiotaken vor der Hand. Wolf und Karamann schnippt zurück, gehen auf die Außenriss. Mit dem Außenriss, Niedermeier. Naja, Bellarabi hat jetzt Schwierigkeiten, überhaupt aufzutreten. Pongen hat ja zuletzt als Joker getroffen. Jetzt Finn Burgasson, Finn Burgasson, abgeblockt von Niedermeier. Wer gewöhnen kann, denn in dieser Rückrunde in 2.16 spielte man. Stuttgart an Lewandowski. Lewandowski nicht mithelfen. Und auch gegen den HSV hat der Geldbrot gesehen. Deswegen fehlt er heute.